GEWOBAK erklärt die Jelbi-Stationen. Effektiv, zeitsparend und nachhaltig mobil zu sein, das beschäftigt uns als GEWOBAK immer stärker. In Kooperation mit der BVG entstehen auf unseren Flächen deshalb immer mehr Jelbi-Stationen. Für euch als Mieterinnen und Mieter ist das ein echter Gewinn, denn die Stationen bieten flexible Mobilität direkt vor der eigenen Haustür. Wir erklären euch, wie. Ulf zum Beispiel schätzt es, dass mehrere Autos verschiedene Anbieter zur Verfügung stehen. Für den Arbeitsweg reicht da ein kleiner Wagen. Und die größeren Autos eignen sich besonders gut für Ausflüge. Viel Spaß! Günstiger ist da Studentin Steffi unterwegs. Zum nächsten Wochenmarkt schwingt sie sich auf eins der Fahrräder. Sportlich! Hilde ist hier viel entspannter. Um ihre alte Freundin zu besuchen, nimmt sie den Roller. Sehr flott! Und Marco, Ali und Nadja? Die WG will abends im Kiez nebenan einen Trinken gehen. Dafür nehmen sie die bereitstehenden Scooter. Und teilen sich nach ein paar Drinks eins der Taxen, die an der Station ihre Haltepunkte haben. Sehr gewissenhaft! Mit den Jelbi-Stationen kann man persönliche Mobilitätskosten einsparen, wenn auf Fahrten mit den eigenen Autos verzichtet werden. Die Kooperation mit der BVG stärkt den öffentlichen Nahverkehr und nutzt zu 100% Ökostrom an den Stationen. Und das Beste? Mit dem offenen WLAN an den Stationen lässt sich die kostenlose Jelbi-App nutzen, mit der ihr für eure Route aus den besten Fahrzeugen je nach Mietdauer und Preis auswählen könnt. Die Gewobag bringt flexible Mobilität vor die Türen ihrer Mieterinnen und Mieter. Probiert es aus mit der Jelbi-App.